Hey ho! Hey ho! Ich bin total aufgeregt. Ich auch. Wollen wir es wirklich machen? Ja, machen wir es. Wir laufen jetzt mit einer Gitarre und mit einem Caron. Ja, sehr schön. Zum Drive-In von McDonalds in Sangenhausen. Und machen dabei nebenbei Fahrstuhlmusik zu machen für jeden, der bestellt. Scheißidee. Oh nein. Ob das gut geht, äh, Leute. Ob das gut geht. Vor allem, wenn die Uhrzeit sind so viele Männer gekriegt, die gucken jetzt auch blöd. Ja, okay. So, hier ist das Caron. Okay. 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 Dann können wir auch stehen. Jo. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, Ihre Bestellung bitte? Hallo, ich hätte gerne einmal 20 Tage. Süßdauer? Ja. Das war's schon. 760 Gramm, jetzt bitte. Hallo, Ihre Bestellung bitte? Wenn man so will, bist du das hier an der langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise für Momente leise. Wenn man so will, bist du das hier an der langen Reise. Also die Perfektion der besten Art und Weise für Momente leise. Wollt ihr woanders hinfahren oder wollt ihr richtig gut sein? Ja, die Sprung genannt ist ja viel besser. Hm. Ja, gell. Was darfst du sein? 2 Tickets, oder bitte? 2 Tickets, oder bitte? Ja, ja. Du findest du den Liten Fenster? Ja, du findest du den Liten Fenster. Ja, du findest du den Liten Fenster? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir mussten leider abbrechen, da es jetzt anfängt ein bisschen zu regnen und das Equipment soll jetzt nicht kaputt gehen daran, deswegen brechen wir jetzt ab. Noch irgendwas als Feedback? Ja, das ist das schöne Wort, dass die Leute das auch mit Humor aufgenommen haben. Wir mussten drüber lachen, die beiden Mädels im Auto, der eine wollte gleich ein Foto von mir machen. Das ist verständlich, dafür sehe ich halt eben so gut aus. Ja komm jetzt, Eigenlob stinkt es besser. Naja, wie gesagt, ich habe mich nicht gewaschen, deswegen stink ich immer so. Nach Eigenlob, total. Aber Schönheit zu riechen, hat mir einer erzählt. Gerade eben. Ja gut, deswegen sage ich jetzt mal erstmal Tschüss. Und uns hält bestimmt doch sicherlich irgendein neuer Scheiß ein. Uns hält demnächst wieder was ein und sagen erstmal dann bis dahin und Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.